Woher weißt du, dass jemand Veganer ist? Er sagt es dir. Ein Freund von mir ist Veganer, ich weiß, wovon ich spreche. Veganer und herzkrank. Er wartet seit Jahren auf ein Spenderherz, kriegt aber keins. In Wien. Und jetzt habe ich gelesen, dass die Amis es geschafft haben, zum ersten Mal erfolgreich ein Schweineherz zu transplantieren. Ich habe ihm gesagt, ruf doch mal an in Amerika, vielleicht haben die ein Schwein für dich. Und er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Ich bin Veganer. Und ich habe gesagt, du musst den Rest vom Schwein da nicht fressen. Es geht nur ums Herz. Und er hat gesagt, nein, ich bin Veganer. Dann habe ich gesagt, gut, warte halt, bis sie Artischockenherzen verpflanzen, du. Konk, echt.